So, dann wollen wir die mal, äh, fertig machen hier diese, äh, diese, diese, Moment, wie hießen sie jetzt? Randalierenden Waffensysteme mit Augäpfeln. So. Dun 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 hin. Einfach mal alles hier wegtreten. Wegtreten, alles wegtreten. hier. So, wegtreten. Alles wegtreten. Entschuldigung. Ja, das musste kurz sein. Ich hatte wieder meine 5 Minuten, wollte ich sagen, aber so lange ging es Gott sei Dank nicht. Ach, guck mal. Wir sind jetzt hier in dieser Gegend, wo ich meinte, ist doch komisch, dass man hier nicht runter oder hoch kann oder irgendwas. Moment, wo müssen wir denn jetzt lang? Okay, da lang. Aber das ist bestimmt da, wo ich meinte, das sieht aus wie so ein Bossbereich. Dass man aber da so weit hinlaufen muss, ne? Ja, guck mal. Nee, das ist es nicht, aber egal. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Aber wo? Okay. 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 Wie komme ich denn da lang? Muss ich da hier irgendwo? Warte mal, wie bin ich da nochmal lang gekommen? Hier? Durch? Nee, Moment, da bin ich hergekommen. Nee, da bin ich hergekommen. Verdammt. Äh, ich komme hier gar nicht hoch, ne? Ich muss hier komplett rumlaufen. Hier rum, da lang. Hör auf. Moment, konnte ich nicht hier irgendwo hochgehen? Nee, ich glaube nicht. Scheiben-Kleister. Scheiben-Kleister. Das ist ne, ist das ne S-Bar? Guck mal, seht ihr das? Ich will da rein! Komm, gib mal ein bisschen Gas, das ist ja ewig noch jetzt. Oh, Herrgott. Hm, war ja klar. Äh, 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 mach den mal auf. Achso, der ist schon hin. Okay. Achtung. Stufe aufgestiegen. Ah, Aeris. Aeris ist ne Stufe aufgestiegen. Ah, Aeris. Ja. Moment, geh ich richtig? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit falsch gehe, weil das ist ganz schönes Stück. Dann geh ich nachher auf einmal ein ganz schönes Stück in die falsche Richtung. Das würde ich natürlich nicht wollen. Äh, oh, ah. Okay. Boah, das ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also wenn jetzt hier voll viele Gegner kommen würden auf den Weg, ne? Dann wäre das irgendwie cool, aber hier kommt ja gar nichts. Ist doch irgendwie kacke, oder? Findet ihr nicht? Ah, da sind wir, da sind so welche. Okay. Warte, oh, ich will eine Analyse. Warte, 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 hoch, 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 hoch. Ich will eine Analyse ausrüsten. Ich möchte die analysieren, bitte. Äh, äh, Moment. Da, Ausrüstung, Materia. Warte, 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 kann ich vielleicht irgendwas anderes wegnehmen? Gewitter, TP-Boost. Hm. Heilen ist eigentlich schon ganz gut, dass der das hat, weil ich den so viel nutze, dass ich immer direkt heilen kann. Äh, ATP-Boost ist eigentlich cool, aber... Hä? Was? Was? Hä? Nicht Materie umplatzieren. Entfernen. Ich möchte eine neue einfügen. Verdammt. Äh, Analyse. Komm, dann mache ich jetzt einmal Analyse, dass ich die mal analysiert habe. Hehehe. So, guten Tag. Ähm. Volle Konzentration. Nee, die sind echt eklig. Wirkungslos, okay. Magie. Nee, Fertigkeit. Analyse. Nur kein Überm... Mut. Mut. Luft ist wirksam. Scheiße, habe ich doch gekauft. Verdammte Kacke. Und habe ich aber nicht ausgerüstet. Die Barriere, die ihr ihn vor physischen Scherern schützt, lässt sich mit Magieattacken brechen. Okay, aber ich habe keine Luft. Dann wende ich halt Blitz an oder so. Na gut, okay. Na gut, okay. Alles klar. Achso, erst mal... Ja, bringt gar nichts. Ich muss aber trotzdem ein bisschen kämpfen, weil sonst kann ich ja nichts machen. Warte mal, ich habe Blitzrahm, ne? Ja, okay. Mal gucken, ob das was bringt. Wirkungslos. Kann ich jetzt gar nichts gegen die ausreden? Alter, hast du es gesehen, wie der vorbeiflog? Kann ich jetzt nichts mehr... Doch, aber diesen? Okay, den... Jetzt trenne ich den. Guck mal. Barriere ist aufgebrochen. Weiter, weiter, weiter. Okay, ah, das lässt sich aufbrechen. So, genau. Es ist jetzt aufgebrochen. Alles klar. Dann ist das... Dann ist es cool. Wirkungslos. Okay, fuck. Also Gewitter bringt schon mal nicht. Achso, weil die ja auch wahrscheinlich aus Elektrizität bestehen. Muss den schon treffen. Ah, jetzt hat er wieder Barriere gemacht. Kacke. Okay. Ich versuch's trotzdem nochmal. Stromschlag. Wirkungslos. Dann übernimm. Kann die... Kann die mehr machen? Warte mal. Nee, du sollst schön angreifen. Nee, nee, ah! So. Was? Superspirt? Ach ja, ich hab ja diesen... Was? Was auch immer. Ich mach das mal. So wird das nichts. Übernimm du! Ja. Ja, genau. Heil mal irgendjemanden. Kann ich nicht so. Okay, Supertrank. Jetzt kacke ich nur gegen die ab, weil die... Keine Ahnung, so wie sie sind, wie sie sind. Den trage ich jetzt gerade wieder. Hat er sich geheilt? Alter! Ich hätt das eigentlich wissen können. Immer wenn sowas wie mit Lift kommt, dann... Ähm... Hat sich das meistens erledigt, dass die, ähm... Ja. Heiliger Magiekreis. Okay. Kann man nicht gern. Verluckungslos. Aber die... Wendet doch Magie an. Hm. Überlass das ruhig mir! Kacke. Upsala! Nein! Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Flieg! Wirkungslos. Alles wirkungslos. Kacke. Los! Aber der, guck mal, der ist doch... Der hat doch gerade keine Barriere mehr. Den könnte ich doch treffen. Mal eben kurz ein bisschen heilen. Und jetzt hat er seine Barriere wieder. Fuck. Warte mal, der hat keine. Shit. Komm mal her. Komm mal her. Scheiße, ich treff den aber auch nicht. Darf jetzt nicht schlapp machen. Nee, 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 nee. Mach mal. Sei mal cool. Und weiter. Was? Wir müssen uns mal einen jetzt mal platt machen. Okay, einer ist fertig. Gut, okay. Jetzt mal eben... ...en Äther... ...verputzen. Ii, da rollt noch das Auge, habt ihr gesehen? Okay, und jetzt mal... ...einmal kurz hier ein bisschen... ...bisschen mehr heilen. Okay. Das recht. Guck mal, aber die trifft hier hin. Seht ihr da? Okay, ja, ja, jetzt. Sehr gut. Ah, fuck, du musst den auch treffen. Junge. Mhm. Fuck. Ich hab gehofft, ich treff den damit. Das ist das. Komm, ich heil die jetzt nicht. Das schaffen wir auch so. Oh. Okay. Okay, okay. Okay. Oh, ii. Ich brauch die aber, damit die... ...den... Alter! Das war's. Die erbärmlich. Erbärmlich? Also ich fand die schon ganz schön anstrengend jetzt, ehrlich gesagt. Meine Fresse. So, wo haben wir Luft? Luft. Luft. So, analysiert. Hab ich die? Dann kann ich jetzt wieder dieses hier einsetzen. Okay. Meine Fresse. Achso, ich könnte... Aerith. Aerith. Nee, Aerith. Tut mir leid, aber ich werd das bis zum Ende des Spiels, glaub ich, so sagen. Ganz ehrlich. Ähm, ich könnte die mal heilen. Ich nehm mal hier die billigen Haltränke dafür. Muss eh Tacker offen und so. Achso, hätte ich wahrscheinlich gar nicht machen müssen, ne? Ich sitz wahrscheinlich, kann mich gleich eh wieder auf ne... Ah, nee, wir haben wahrscheinlich jetzt noch ein paar Gegner unterwegs. Okay, vielleicht doch richtig. Doch der richtige Weg. Alles gut. Vergessen, was ich gesagt hab. Oder was ich gedacht hab. Ich hab's ja noch nicht gesagt. So. Ach, können wir noch ein paar, äh, Fässer umtreten hier oder so auf dem Weg. Ja. Überlass das mir. Ich mach's! Nee! Und schön! Es dreht sich! Nee, geh'n da, geh'n da. Nee, du machst keine Pause. Du? Ich bin noch nicht fertig. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich heil die jetzt nicht. Wenn jetzt kein Gegner mehr kommt, dann können wir uns gleich auf die Bank setzen und alles gut. Kommt noch ein Gegner? Ja, ne? Ich glaub hier. Hier, ne? Wäre einer gekommen. Kommt aber anscheinend nicht. Okay. Und schön viel gelaufe. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Oh! Okay. Übersehen. Wer weiß, wie oft ihr mir das jetzt schon gesagt habt, so, während ihr das gesehen habt. Da sind Kischten! Kischten! Ah, hier. Da. Boim, 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 boim. Oh, nochmal Kischten. Nochmal Kischten. Nochmal Kischten. Hä? Sind die wieder aufgetaucht? Sind die respawned? Ich weiß gar nicht. So. Wo ist denn der Typ? Können wir das nicht irgendwo abliefern? Okay. Müssen wir das nicht irgendwie Geld kriegen oder so? Vielleicht? Wäre schon cool. Kinder auf Patrouille. Was ist das denn? Hä? Hä? Moment. Hä? Ich muss zurück? Ja? Aber wohin? Warte mal. Hä? Da bin ich doch gerade hergekommen. Was denn jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Bin ich um irgendwas rumgegangen? Hm. Oder muss ich hier lang? Nee. Nee. Äußerst komisch gerade. Hä? Ich bin nicht ganz rumgegangen. Aber das stand da nicht eben abgeschlossen? Ich war der Meinung, der stand abgeschlossen oder so. Also, dass ich das... Die Aufgabe... Na ja, immerhin habe ich jetzt... Luft ausgerüstet. So kacke. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich hier die ganze Zeit zum Laufen habe. Aber... Das ist hier die ganze Zeit so rot am Blinken. Das nervt mich jetzt auch gerade. Ja, ich muss tatsächlich da noch weiterlaufen. Ist richtig, ne? Ja. Okay. Ja, aber warte, dann heile ich die eben nochmal. Und mich auch noch. So, wo ist das Fee? Wo bist du? Hä? Hier soll er sein? Hä? Ich raff's gerade nicht. Hier ist er doch weggeflogen. Oh, Kisten. Also wirkliche Kisten, keine Truhen. Versteht ihr das gerade? Ich verstehe das nicht. Was mache ich denn falsch? Zielbereich. Also... Route. Auftrag priorisieren. Okay. Route. Hä? Bin ich irgendwie falsch, oder was? Da unten? Ich verstehe es nicht. Jetzt gehe ich doch wieder weg. Au. Du sollst sehen, da hinten treffen. Okay. Alles cool. Oh. Seht ihr, jetzt bin ich weg. Zielbereich. Überprüfen. Ein weiteres der randalierenden Waffensysteme wurde zerstört, aber drei sind noch übrig. Okay, ich muss einfach fünf Stück töten. Irgendwie hier in der Nähe, oder was? Also ich muss die finden, aber... Im Zielbereich sind die anscheinend nicht zu finden. Also mal ganz ehrlich, oder? Das war jetzt gemein. Okay, das muss ich erst mal... Das muss man erst mal raten, dass das so ist. Achso, ich muss erst mal... Warte, ich kann ja hier... Okay. Ach, guck mal hier. Ähm, ich wollte... Ach, sind die schon angreifbar? Nein, der da. Der da ist angreifbar, der eine. Ähm, I will try Luft, bitte. Aero. Okay. Hat das was gebracht? Boah. Keine... Kein Eta mehr. Okay. Ah. Ah. Alter. Ach, der ist aus dem Boden gekommen. Da hätte ich ausweichen können. Okay. Ich muss, äh, Eta verwenden anscheinend. Okay. Okay. Sturmwarnung! Sehr gut. Gar nicht so einfach. Alter, wö, 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 wö. Ein Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf. Alle erst mal schwächen hier. In alle Winde. Und tschüss. Oh, klaut geht's nicht gut. Kurz erst mal heilen. Jetzt lass mich mal hier raus! Mann! Ach, scheiße, die haben schon wieder Dingenskirchen drumrum. Ach so, ich konnte ja dieses Ding machen. Okay, hab ich grad verpeilt. Erst mal den killen. Ja, der erste. Nö, hab ich den nicht getroffen. Okay, warte. Ach nein, ich wollte AT-Boost machen. Kann ich das nicht? AT-Boost. Geht nicht. Hä? Was ist das denn für eine Anzeige? Die hab ich ja noch nie gesehen. Ist ja interessant. Naja. Wenn man nicht aktiv ausweicht, ist das irgendwie... Geht so, ne? Du musst irgendwie heilen. Äh, was ist denn mit Elixier? Heil TP und... Ach so, MP. Ah, guck mal, das ist gar nicht so schlecht. Das könnte ich dann gleich mal auf Cloud anwenden. Erst mal heil dich selbst. Und dann mach mal hier irgendein Superspirit-Zeug oder so. Mach dir mal platt, dass wir einen wenigsten weghaben. Übernimm, du! Jetzt erst recht. Darf jetzt nicht schlappen. Alter, uns geht's beiden echt schlecht. Scheiße. Los! Hab keine Kraft mehr. Doch, das schaffst du noch. Okay, erst mal ein. Jetzt liegt es an dir. Komm schon. Du schaffst es. Der ist für dich. So. Noch ein durchdringendes Auge besiegt. Sehr gut. Okay. Äh. Ach, Heiltrank. Scheiße. Super Heiltrank. Hier. Du kannst noch, oder? Ich mach das. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht trifft. Ich muss alles aus mir herausholen. Das ist schon ätzend. Was? Wirkungslos? Aufpassen jetzt. Ja, war klar. Äh. Ich treff den so auch einfach mal nicht. Ich dachte, Wind hilft. Warum wirkungslos? Warum? Ich hoffe es nicht. Das war doch Luft. Nicht übertreiben. Ich versuche mal, mit ihr was zu machen. Wirkungslos. Alles wirkungslos. Komm, Limit. Mal sehen, was die so macht. Heilender Wind. Vision. Hm. Heilender Wind wäre gar nicht so schlecht gerade. Vision? Fügt eine dritte Einheit zur ATP-Leiste hinzu und erhöht vorübergehend die Füllrate. Aha. Entfesselt einen wohltuenden Wind, der eine mittlere Menge TP aller Gruppenmitglieder heilt. Komm, wir nehmen das mal. Und fange uns mit deiner heilenden Kraft. Cool. Bam. Ja. Warte. Und ab mit dir. Ah. Los, ausweichen. Hm. Ich lerne noch gerade mit denen hier. Also irgendwie muss das besser laufen. Das ist voll süß, so dieses Fing-Fum-Gebet. Ah, okay, das ist auch heilen. Alles klar? Das ist ja interessant. Ich sollte mehr mit ihr heilen und so. Alles wirkungslos. Das ist irgendwie... Hm. Super Spirit. Okay. Aufpassen. Fuck, ich wollte gerade ausweichen. Ich hab gedrückt. Ohne Scheiß. Nee, das war's noch nicht. Äh, okay. Fähigkeiten. Heilen, heilen da Magie geheiß. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ah, okay. Aber da muss jemand in der Nähe sein. Oder kann man in der... Ach, da kann man drin rumlaufen. Dann heilt man. Nee. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich versteh's nicht so richtig. Weil ich heile jetzt gerade nicht. Was macht das? Okay, das ist nur für andere, aber nicht für sie selbst, oder was? Kann mich jemand ablösen? Hm, aber der heilt sich auch nicht. Komisch. Ist Schwäche. Jetzt hab ich ihn aber getroffen. Nochmal. Okay, ähm, randalierende Waffensysteme zum verängstigten Mann zurückkehren. Oh, ich muss den Weg nicht nochmal laufen. Wie geil ist das denn? Ja, ähm, das war interessant jetzt. Das war irgendwie schwer. Und ich hab's nicht zu 100% gerafft. Also, mit Arrows zu kämpfen ist auf jeden Fall interessant. Aber ein paar Sachen raffe ich irgendwie noch nicht. Naja. Zum verängstigten Mann zurück. Randalierende Waffensysteme. Kehre zu dem verängstigten Mann zurück und berichte ihm von deinem Erfolg. Ja. Interessant. Die Musik ist schön. Auftrag 9. Okay. Hallo. Da bist du ja. Ja, da bin ich. Ich hab schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Makro-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Klingt logisch. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Wären Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn sie wieder ein Problem haben, wissen sie ja jetzt, an wen sie sich wenden können? Äh, natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Und du schreist auch gar nicht mehr. Sehr schön. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Okay. Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Okay. Schutzstiefel. Also wir haben doch was erhalten. Jippie. Und wir sind geheilt. Sehr gut. Ähm, ich muss mal hier weg. Die Sklaber in der Umgebung, das hätten die echt besser ausbalancieren können, finde ich. Äh, Waffenladen. Der ist woanders. Der ist woanders. Der ist dort. Einmal hier rum. Ah, ne, hier. Der da. Der da? Hä? Ach, ne, der da. Okay. Hallo. Ich dachte, er sitzt. Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der, den sie den Alles-Könner nennen. Ja. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber? Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Die machen wir platt. Könntest du, äh, könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Arschloch. Nein, sorry. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Ah, den Schlüssel habe ich. Yippie! Und damit sich kein nichts ahnender Mensch dort hinein verehrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggi nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja. Haben wir. Äh, warum soll ich nicht einfach die Bestien besiegen und du kannst selbst dahin gehen? Ruhe breiten. Oder was? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder wie? Das ist der Friedhof? Ruhe in Frieden. Okay. Äh, Auftrag priorisieren? Route. Okay. Äh. Das lädt immer voll lang. Aber gut, das ist auch relativ groß. Ich muss gucken, wo ich lang muss. Da muss ich lang? Echt? Muss ich hier durch? Nee, muss ich nicht. Wollte schon sagen. Ich muss da wieder hin, wo ich eben war. Okay. Ich glaube, da machen wir in der Folge erstmal ein paar, ähm... Ja? Hä? Hauen wir erstmal ein paar Dinger um hier. Nein, äh... Machen wir einfach mal ein paar Aufgaben erstmal, ne? Würde ich meinen. Ist das der richtige Weg? Ja. Ist auch gar nicht so weit diesmal. Echt? Da hinten ist der Friedhof? Oh Gott. Ach! Stimmt! Wir konnten irgendwo nicht rein! Ja! Hier drüben! Ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ich weiß. Äh! Giftsviechers! Was hat nochmal gegen die hier geholfen? Wissen wir das noch? Können wir das nicht nachgucken? Gegner-Datenbank! Schau mal einer an! Gardist! Gibt's hier keine Bilder? Gibt's keine Bilder? Ah doch! Ich wollte schon sagen. Lädt jetzt ein Bild, oder? Lädst du ein Bild? Hallo? Ja, ich wollte schon sagen. Äh, das ist natürlich schwer, die hier zu finden. Brandgardist, durchdringendes Auge, Wachhund, Spezial-Komba-Komm-Komm-Komm-Komm-Potant-Kompatat. Äh, was ist das für ein Vieh gewesen? Irgendwas Giftiges. Irgendso ein, weiß nicht. Das hier? Gastrit? Gastrit-Königin? Maybe? Ja, das sieht gut aus. Irgendwie süß. Guck mal, wie süß die aussieht! Die hat irgendwie ein süßes Gesicht. Haben wir uns noch nie angeguckt, hier, die Statistiken. Eis! Okay, Frost. Ähm, dann rüste ich das bei Cloud am besten auch aus, weil dann hat er das auf seiner Waffe. Ähm, wir können uns ja vorbereiten, ne? So ist das ja nicht. So, Frost. Bam. So, liebe Laien. Machen dich fertig jetzt. So, guten Tag. Ich hab gehört, ihr stört. Oh, da ist ne, da war ne, ähm, ne Bank. Ih, hör auf, nicht anzuspucken. Lass das. Ähm. Uah. Ich wollte eigentlich mal Magie inbinden. So. Das hagelt! Ah, jetzt hat er mich doch getroffen. Scheiße. Das war's! Ich bin vergiftet! Ja! 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 Es hagelt. Es hagelt! Es wird kalt. Bringen wir es hinter uns. Sie muss wach bleiben. Nicht einschlafen. Ich tue was ich kann. Schlaf auch noch? Jetzt geht's aber los hier. Was denn, Jungfrau Kuss? Ne, Wachmacher. Ich müsste mal ein Medica oder so haben. Moment. Ah, ich bin schon wieder im Pen. Äh. Gegengift. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Wenn das wirklich... Ey, das mit dem... Ich hab den Grad von Gegengift geheilt. Ist doch kacka. Oder? Machen wir mal sowas. Oh, das klingt sexy. Und... Warte mal. Irgendwie so ne... So ne... Ähm... Irgend so ne heiligene Fähigkeit oder sowas. Ach komm, wir machen mal Eis mit der. Der ist für dich! Rund kalt! Kurz und schmerzlos! Machen wir direkt nochmal Eis. Wer ist geschockt? Der ist geschockt. Warum anziehen? Lüde! So, Lüde! Ah. Könntest du Heilung vertragen. Ja. Oh, tatsächlich! Alter! Du könntest auf jeden Fall eine Heilung vertragen. Juhu! Äh. Jetzt hast recht! Küsst! Da! Alter, die sind richtig schwer langsam, die Gegner. Meine lieber Scholli. Eisra. Eisgra. Komm. Eisgra. Komm nicht dagegen an. Da muss ich jetzt durch. Kein Problem. Fünf Minuten. Scheiße. Das ist... Dem Schlafen ist echt am strengen. Brauch mal kurz ne Pause. Ach so, sie kann doch nicht. Ist das alles? Bereit. Äh. Was ist das mit diesem Magiekreis? Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Ah. Okay. Interessant. Verstehe. Okay. Also wenn ich jetzt mit ihr Magie mache. Innerhalb, wenn ich da stehe. Dann kann ich das noch gar nicht, weil... Toll. Shit. Oh. Oh Gott. Das hab ich ja noch nie gehört. Tut mir leid. Alter. Wird das jetzt hier noch schwer? Ja. Ich muss das beenden. Ich tu, was ich kann. Ich bin vergiftet mit... Äh, äh, scheiße. Mach mal kurz Pause. Äh, ich kann jetzt kein Limit machen. Ich muss mich erstmal um ein... Alter, schon wieder nur ein. Oh Leute, es ist... Mach ich jetzt einfach erstmal Limit? Und... Warte mal. Sicher irgendwas wahr bleiben. Nicht gut. Shit. Komm, beeil dich. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Fuck. Was? Oh nein. Scheiße, 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 scheiße. Nein, lass mich bitte das noch. Wir sehen uns doch bestimmt wieder, oder? Krass, Leute. Krass. Krass. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird noch so schwer. Ja, man kann das auch auf leichter stellen, ne? Hab ich ja am Anfang gesagt, aber... Es macht wirklich sehr viel Spaß, aber es ist echt nicht einfach. Also, ich hab noch nicht die Taktik so richtig raus. Muss ich sagen. Was? Titelbildschirm? Ab Kampfbeginn erneut versuchen. Ja. Du kehrst zum Beginn des Kampfes zurück und kannst ihn noch einmal versuchen. Ja. Ach, meine Fresse. Hm. Ist ja nicht so, als hätten wir damals bei Final Fantasy 7, wären wir nicht auch tausendmal gestorben, hätten irgendwelche Kämpfe von neu anfangen müssen. Aber das, also diese kleineren, dass ich da sterbe, kleineren in Anführungsstrichen, das war ja jetzt schon schwer. Also, die haben ja jetzt wirklich fiese Geschichten. Man müsste mal halt sowas wie Barriere nehmen und so. Also, ich müsste viel mehr mit den anderen Mitteln kämpfen. Kann ich mich zum Beispiel... Ne, kann ich nicht. Okay, ich bin noch nicht im Kampf, deswegen... Okay, aber wir sind aufgeladen. Können wir sonst noch irgendwas vorbereiten? ATP-Boost. Frost. Ja, war richtig, genau. Sie hat auch Frost. Heilen. Ha, witzigerweise wäre jetzt Shifa gut. Shifa. Oder Shiva. Shiva wäre gut jetzt. Ha. Hätten wir die nur schon. Scheiße, bin ich doof. Hätten wir das schon gemacht, dann hätten wir jetzt locker... Könnten wir locker gegen die gewinnen. Ich überlege gerade echt, ob ich zurückgehe. Und Shiva erst mal mir erkämpfe. Ne, wir versuchen das nochmal, oder? Ja. Hat der nicht auch Luft? Wer hat den denn ausgerüstet? Eris, okay. Was können wir denn sonst noch machen? Elementarfinität ist gut. TP-Boost ist auch gut. Heilen ist auch echt wichtig. Behandeln. Behandeln ist auch wichtig. Ist vielleicht wichtiger als dieses ATP-Boost. Weil das kriege ich gerade irgendwie eh nicht gebacken. Weil ich echt schnell sein muss. Warte mal. Behandeln, behandeln, behandeln. Wo war's? Da. Ermöglicht den Einsatz von Zustandsheilmagie. Das ist gut. Wir machen das mal. Wir versuchen das mal. Vielleicht bringt uns das jetzt was. Weil wir haben die ganze Zeit... ...miese Zustände hier. Das ist unser Problem. So, okay. Achso, ich kann ja noch nicht. Gute, erst mal ein bisschen angreifen. So. Probieren wir das mal. Anti, anti, was auch immer. Okay, Gift ist auf jeden Fall weg. Das ist sehr gut. Weil Gift zieht uns gerade echt viel ab. So, und jetzt wollen wir mal... ...Eisgar draufhauen. Ja, gut. Das muss ich aber erst mal schaffen. Das ist natürlich auch so eine Sache... ...die einfach anders ist. Dass der... ...dass du dadurch, dass du angegriffen wirst... ...ähm... ...einfach deine... ...deine Geschichten nicht ausführen kannst, ne? Warum leuchtet der denn da so? Ja, drauf da. Ich muss ja viel mehr ausnutzen mit diesem Schock. Moment, Magie... Ach, ich kann grad nicht, ne? Der wird das wieder abbrechen, weil er mich grad hier attackiert. Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Moment. Oh, ich kann das nicht ausführen. Nein! Komm schon! Komm schon! Ähm... Erst mal so ein bisschen. Reicht das? Und ich könnte das jetzt mal hier überall hinhauen, vielleicht. Komm mal, hier ist es leichter! Mal sehen, ob das... ...wie viel das bringt. Moment. Ich stehe da halt auch mittendrin, ne? Und stirb da grad einfach weg. Warum... Ach, ich wollt grad sagen, warum macht ihr denn jetzt hier mal nicht... Äh... Ach, ne. Scheiße. Kann ich grad gar nichts. Ich kann ja nichts mit der machen. Ja, super, halt, ran könnte ich jetzt Cloud geben. Warte mal. Weil ich bin... Was hat weh? Ja, genau. Ich bin halt wirklich mittendrin und echt langsam. Und jetzt haben wir beide, äh... Probleme. Super. Okay, ich halte erst mal die, weil der Cloud ist, glaub ich, eh gleich tot. Könnst du weitermachen? Was gerechnet jetzt? Ja, war klar. Okay. Ja, warte, warte, warte. Scheiße! Ich muss erst angreifen, ey. Los! Hör auf, mir nachzulaufen! Lass mich in Ruhe! Ich kann... Ich kann doch das nicht ausführen, wenn die mich nicht lassen. So, okay. So. Okay. Was? Ich muss erst mal ein bisschen angreifen. Shit! Nicht! Nein! Komm schon! Du schaffst es! Wieso? Puh! Elixir! Komm! Nimm! Ich... Mach mal kurz Pause! Elixir ist ja der Hammer! Okay, ich kann mit der grad... Tu, was ich kann! Hm, du kannst grad gar nichts machen, irgendwie. Ja! Tut mir leid! Mach du mal! Alles gut! Doch, alles! Versuch! Ja. Ich muss mal eben erstmal... Irgendwie... Erfriere! Nein! Scheiße, Leute! Scheiße! Das ist echt nicht einfach, ey! Ich verliere grad wieder... Äh... Energie, weil ich vergiftet bin. War auf, mir nachzulaufen! Und ich kann auch nicht so richtig ausweichen. Das ist... Ach, schwer! Ich hab mal eine Phoenix-Feder. Das eben fände nicht! Komm schon! Du schaffst es! Okay, die greifen grad den an. Mit sowas kann man halt arbeiten, ne? Und ausweichen kann ich mit der halt auch nicht. So richtig. Ja, geil, 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 geil! Ich sterb gleich! Super! Fuck! Dammit der Scheiße! Ja, geil! Ich kann nichts tun! Ich kann einfach nichts tun! Ja, geil! Wie krass ist das? Warum ist das denn so schwer? Es kommt halt auch kein... Es kommt ja auch kein... Ähm... Keine S-Bar. Sonst hätte ich ja jetzt zum Beispiel Ifrit mittlerweile schon gehabt oder so. Ich bin echt ein bisschen überfordert grad. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich die jetzt... Ob ich das jetzt nochmal probiere oder ob ich echt versuche, äh, Shiva zu bekommen. Erstmal. Das macht halt wirklich Sinn, weil die hat halt Frost-Magie. Also das ist eine S-Bar, die halt Frost, beziehungsweise also, ja, Eis hat. Und wenn ich die einsetzen kann gegen die, ist das natürlich echt heftig, aber... Ich weiß halt nicht, wie ich das... Also wir zu zweit gegen Shiva, das wird schwer. Aber ich glaube, ich versuche das mal. Dass die drei Viecher so schwer sind. Die sind auch schwerer geworden. Die haben... Vorher waren die nicht so heftig, bin ich der Meinung. Ich kann mich da halt auch vorher nicht hinsetzen oder zwischendurch mal hinsetzen. Mit einem Kampf. Ah, ich weiß grad nicht, was ich machen soll. Ich gehe zurück. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Ich versuche jetzt wirklich, äh, erst Shiva zu kriegen. Ähm. Ja. Bisschen ärgerlich, aber... Das macht vielleicht Sinn. Ich bin, glaube ich, echt einfach noch zu schwach. Also so... Ein bisschen beschissen habe ich vielleicht gespielt, aber so beschissen doch nicht. Oh. Hallo. Ja, ist schlimm. Ja, ich auch. Ähm. Ja. Das regt mich ein bisschen auf. Dass ich jetzt auch die Folge so beenden muss. Heute kam eine Großlieferung. Waschpulver herein. Leute, labert nicht immer so viel. Heute kam eine Großlieferung. Waschpulver herein. Okay, ähm. Pass auf. Ich mach das so. Ich werde jetzt erstmal eben mich ausrüsten. Für... Ne, das mach ich in der nächsten Folge. Ich mach das dann, davor. Ich setz mich hier eine Runde hin. Ja, jetzt halt mal ruhig. Ich setz mich hier eine Runde hin. Dann versuche ich in der nächsten Folge Shiva, ähm, zu besiegen. Tut mir leid, dass ich nicht so richtig einen Erfolg habe in dieser Folge. Ähm. Ist ein bisschen uncool, aber... Das gehört leider auch dazu. Ja. You lose. Ich glaub, so nenn ich die Folge auch. Gut. Dann setz ich mich mal hier eine Runde hin. Und sag, bis zur nächsten Folge.